Nazigold, das war bis jetzt das Gold, das von Nazis geraubt worden ist und das anschließend zum Teil verschwunden ist. Seit dem letzten ZDF-Magazin Royale mit Jan Böhmermann ist das aber anders. Seitdem ist Gold an sich Nazigold und seine Fans sind Rechtsextreme. Und außerdem ist Gold unter den Geldanlagen sowieso ein Loser. Hat Jan Böhmermann damit recht? Bis gleich. Was sind das nur für Zeiten? Kanzlersturz. Hier, Olaf Scholz ist gestürzt worden. Und schauen Sie mal, wie die Putschisten ihn zugerichtet haben. Im Gesicht Spuren von Folter höchstwahrscheinlich und auch noch eine Augenklappe. Aber man wundert sich heutzutage ja über gar nichts mehr. Auch nicht, wenn man hört, dass letztes Jahr die sogenannten Rollator-Putschisten rund um Heinrich den 13. Prinz von Reus, dass die angeblich nach dem geplanten Staatsstreich Markus Krall als Finanzminister einsetzen wollten. Unseren Markus Krall. Aber keine Sorge, Markus Krall, der war dem Prinzen Reus und den anderen Reichsbürgern dann da am Ende wohl doch zu verrückt. Woher ich das habe? Anscheinend gab es einen Artikel in der Zeit vor einiger Zeit, wo das angedeutet und behauptet worden ist. Und richtig ausgebreitet worden ist es dann diese Woche von Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal. Wo es aber nur zum Teil um Markus Krall geht. Eigentlich ist das Ganze ein großer Rundumschlag gegen Gold. Hören wir mal rein. Darum, meine Damen und Herren, investieren Sie in Freundschaft und nicht in Gold. Weil Gold ist ein Loser. Verpestet die Umwelt, wird durch Kinderarbeit abgebaut, zieht Nazis und andere Verrückte an. Im Grunde kann man sagen, wenn Sie Gold gut finden oder Gold besitzen, sind Sie ein Nazi mit Substanz. Und diese Substanz heißt Gold. Tja, Goldbesitzer sind also Nazis mit Substanz. Harte Worte. Und trotzdem gibt es hier jetzt auf YouTube bis jetzt aber keinen, der Gold und die Goldanleger mal verteidigen würde vor Jan Böhmermann. Darum muss ich es jetzt wohl machen, wenn es sonst keiner tut. Und damit das Ganze jetzt nicht von Anfang an zu rechts klingt, da sage ich jetzt auch gleich mal, Goldfans aller Länder, vereinigt euch und abonniert diesen Kanal. Dabei dann auch auf die Glocke drücken, dann sehen Sie auch, wenn in Zukunft neue Videos da sind, zu Gold oder ja vielleicht auch zu Jan Böhmermann. Und für mich ist es eine große Hilfe, weil die Konkurrenz hier ist hart. Und wir reden hier auch von Wettbewerbern, die für eine dreisekündige Musikeinblendung ein ganzes Rundfunktanzorchester haben. Gut, und das Video von Jan Böhmermann, das gibt es übrigens auch hier auf YouTube. Hier sehen wir es, rechtsextreme Fans und Kinderarbeit ist Gold gar nicht so vogue, wie es tut. Dazu muss man natürlich sagen, es hat noch nie jemand behauptet, dass Gold vogue ist. Der Beitrag ist jetzt natürlich auch keine soziologische Studie oder sowas, sondern wie immer locker, flockig, witzig. Aber das macht es für die Goldfans auch nicht unbedingt besser. Und Jan Böhmermann hat dann auch viele Beispiele, also Teile von der FPÖ, die dann angeblich in irgendeinem Hotel Gold gebunkert haben. Putin, weil ja die russische Notenbank so viel Gold kauft, so wie viele andere Notenbanken, aber übrigens auch im Moment. Dann die AfD, die ja auch mal einen Goldjob gehabt hat. Dann die Degussa Goldhandel GmbH als vermeintliche Rechtsnachfolgerin von einem Konzern, der sich im Dritten Reich schwer belastet hat. Was so aber mit der Rechtsnachfolge gar nicht stimmt, weil das Geschäft der richtigen Degussa, das ist ja bei Evonik. Und dann Markus Krall natürlich, der Geschäftsführer bei Degussa Goldhandel war. Und Heinrich Prinz Reus, der bei Degussan Goldbank Schließfach gehabt hat. Also fast schon so eine Art Weltverschwörung von lauter richtig fiesen Geldschurken, Goldschurken. Jawohl, ja, Musikeinblendungen, das können wir hier auch. Aber von allem anderen mal abgesehen. Ist der Goldbesitz ein Ausdruck von rechter oder sogar rechtsextremer Gesinnung? Was zum Beispiel bekannt ist, gerade die deutschen Privatanleger, die haben ja sehr viel Gold. Insgesamt über 9.000 Tonnen. Und letztes Jahr war nochmal ein neues Rekordjahr hier. Da haben wir nochmal 185 Tonnen gekauft. Damit waren wir weltweit schon auf Platz 2 hinter China. Nur, dass es da natürlich ein paar Leute mehr gibt. Und die Deutschen sind ja auch bekanntlich Nazis. Zumindest in den 30er, 40er Jahren, letztes Jahrhundert. Da gab es in Deutschland mehr Nazis als irgendwo sonst auf der Welt. Das hat sich später dann aber geändert. Und die Nazis waren jetzt übrigens auch keine Goldfanatiker. Sie haben es zwar gestohlen, wo sie es nur kriegen konnten. Aber sie haben jetzt zum Beispiel nie einen Goldstandard angestrebt oder sowas. Da war ihnen die Aufrüstung schon um einiges wichtiger. Aber jetzt nehmen wir mal an, sie sind rechtsextrem. Sind sie wahrscheinlich sowieso. Ich sehe ja hier immer ihre Kommentare. Nur, wie investiert ein rechter oder ein rechtskonservativer Anleger? Es ist wahrscheinlich wirklich so. Der wird sich nicht unbedingt jetzt erwärmen für Aktien von Firmen, die vegane Hamburger produzieren. Oder jetzt für KI-Firmen. Es sei denn, es gibt irgendwann mal ein arisches Chat-GPT. Das kommt sicherlich auch noch. Und rechtsextrem ist man natürlich auch nicht unbedingt darum, weil man jetzt der Meinung ist, alles läuft total super und besser könnte die Welt gar nicht sein. Sondern man lehnt viel ab. Man sieht vieles sehr negativ. Man macht sich dann natürlich auch entsprechend Sorgen um die Welt. Und der Ausdruck von Sorgen, das ist in der Geldanlage aber nun mal Gold. Sodass ich vermuten würde, wer politisch rechts steht, der tendiert wahrscheinlich wirklich irgendwie zur Gold. Nur, machen sich nur Nazis Sorgen um die Welt? Ist das ein Privileg von einem bestimmten politischen Spektrum? Und das in einer Zeit, in der es ja gute Gründe gibt, sich Sorgen zu machen? Wir haben eine Pandemie gehabt. Wir haben Krieg in Europa. Wir haben letztes Jahr zeitweise nicht gewusst, ob wir unbeschadet hier durch den Winter kommen. Und so weiter. Und dann natürlich noch die grundlegenderen Sachen auch. Der Inflationsschub, den wir gehabt haben. Eine jahrelange, beispiellose Niedrigzinspolitik, die jetzt abgelöst worden ist, aber durch einen Zinsschock. Und das dann auch noch in Kombination mit einer globalen Verschuldung, die ebenfalls beispiellos gestiegen ist, auf über 300 Billionen Dollar. Dankeschön, Dankeschön. Ja, sowas muss sein. Wie gesagt, der Wettbewerb ist hart. Aber wie auch immer. Es gibt also viel, das bedenklich ist und potenziell gefährlich ist. Ist man da zwingend rechts, wenn man sich drüber Sorgen macht und wenn man vielleicht auch mal Gold kauft. Und ja, das Verbreiten von Weltuntergangsstimmung, das ist für manche auch wirklich ein Geschäftsmodell. Und ja, es gibt eine Goldideologie auch und die ist verschrien als rechts von ihren Kritikern aber, die meistens links sind. Und man kann von den ganzen Golddebatten halten, was man will. Aber Goldideologie, das heißt meistens auch Kritik an Inflationierung, Kritik an expansiver Geldpolitik und Kritik an schuldenfinanzierten Wachstum. Und damit legt sie natürlich auch den Finger in die Wunde bei ein paar linken Ideologien, sodass es ziemlich offensichtlich ist, warum man das dann eben auch ganz gern mal disqualifiziert als rechts. Mit anderen Worten, es ist also auch denkbar, dass man im rechten Spektrum sympathisiert mit Gold. Ich sehe aber keinen Grund dafür, dass Gold in irgendeiner Weise ein rechtes Investment sein soll. Hitler war Vegetarier oder hat sich zumindest dargestellt als Vegetarier, genauso wie Josef Goebbels, genauso wie Heinrich Himmler oder Rudolf Hess. Die meisten Vegetarier wären aber wahrscheinlich trotzdem nicht ganz glücklich, wenn man jetzt sagen würde, Vegetarier sind alle Nazis. Und das gleiche gilt eben auch für Goldkäufer. Und wahrscheinlich sind eben auch nicht alle Goldkäufer Vegetarier oder umgekehrt. Das zweite Problem mit Gold, Umweltverschmutzung. Das wird von Böhmermann in seinem Beitrag nur ganz kurz angerissen. Das ist aber natürlich schon ein sehr wichtiges Thema. Gold ist ein Rohstoff. Rohstoffproduktion erzeugt fast immer Umweltschäden. Und bei Gold ist es aber ganz besonders schlimm. Früher hat man manchmal noch mal noch sowas gefunden hier. Das ist eine Nachbildung von einem Goldnugget, nämlich Welcome Stranger heißt er. Der größte, den man jemals gefunden hat. Er ist 1869 in Australien entdeckt worden. Und das hat dann damals den Goldrausch natürlich dann nochmal angeheizt. Heute, wenn man Gold sucht, da findet man meistens Stäubchen. Der durchschnittliche Goldgehalt bei den kommerziellen Minen, der liegt heute bei 1,7 Gramm pro Tonne Gestein. Das heißt, mit bloßem Auge ist da nicht mehr viel sichtbar. Und es muss mit Chemikalien eben auch rausgelöst werden. Und die kleinen Goldsucher, die kleinen, die arbeiten dann eben oft mit Quecksilber und verseuchen da dann ganze Landstriche. Und die großen lassen meistens Zyanid durchsickern. Und die Laugungen, das was dann da rauskommt, das wird dann in großen Becken gelagert, die aber leider manchmal kaputt gehen. Und dazu kommt dann natürlich noch, dass Gold oft illegal abgebaut wird. Dass es oft von irgendwelchen Bürgerkriegsparteien oder Milizen abgebaut wird. Dass Kinder in den Minen dann arbeiten müssen. Und wenn das Gold aber erstmal zu einem Barren geschmolzen worden ist, dann sieht man es ihnen nicht mehr an, wo es herkommt. Man soll da also jetzt nichts beschönigen. Aber in der Regel, ich würde sagen, der Goldabbau ist nicht so schlimm, wenn er von großen Gesellschaften durchgeführt wird. Weil die werden reguliert, die werden beobachtet von den Regierungen und da gibt es natürlich auch keine Kinderarbeit. Und ich kenne mich jetzt mit dem Goldhandel nicht im Detail aus. Aber es ist wahrscheinlich schon einiges schon damit gewonnen, wenn man sein Gold eben von seriösen, bekannten Quellen kauft. Und jetzt nicht irgendwo im Orient auf dem Bazar. Und dass man vielleicht als Goldanleger aber auch so Initiativen unterstützt, in denen es da um fairen Handel geht. Oder um die Herkunft von Gold und auch um entsprechende Nachweispflichten oder so. Da gibt es inzwischen auch schon einiges. Und das bringt uns jetzt aber an den dritten Punkt, die Nutzlosigkeit von Gold. Öl, Kupfer, Eisenerz, das sind alles Dinge, die wir brauchen. Und da wird man eine gewisse Umweltzerstörung wahrscheinlich auch immer irgendwo hinnehmen. Aber bei Gold, da war laut World Gold Council die Nachfrage aus der Industrie, also für nützliche Sachen, im ersten Quartal nur noch bei 6,4% der Gesamtnachfrage. Der ganze Wahnsinn wird also veranstaltet, nur weil Frauen, Rapper, Drogen, Bosse und so weiter in der Reihenfolge sich mit irgendwas behängen wollen. Und weil wild gewordene Anleger meinen, das muss man jetzt aus irgendeinem Grund haben, dieses Gold. Und es ist ja auch schon oft gesagt worden, fast alle anderen Geldanlagen außer Gold, die werfen Renditen ab und sind vielleicht für die Gesellschaft dann auch noch irgendwie nützlich. Also Immobilien, damit alle ein Dach über den Kopf haben, Aktien von Unternehmen, die was produzieren, Zinspapiere und so weiter. Gold macht rein gar nichts, es liegt nur faul rum. Und wenn die Goldfans jetzt sagen, dafür ist Gold ja auch das einzig wahre Geld, weil das Geld, das wir haben, das ist nichts wert, das ist nur eine gesellschaftliche Konvention. Dann muss man leider auch sagen, auch der Wert von Gold ist nur eine Konvention. Es ist hübsch, es ist selten, aber es gibt keinen echten Grund, warum eine Unze von dem Zeug 2000 Dollar wert sein sollte. Aber diese Konvention, die ist eben schon über 6000 Jahre alt, die Rolle, die Gold in der Zivilisation gespielt hat, über tausende von Jahren, die ist wirklich unglaublich. Nutzlos seit 6000 Jahren und trotzdem nie war es so wertvoll wie heute. Sodass man sagen kann, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, ein paar Jahre wird er jetzt auch noch halten, dieser überragende Nimbus von Gold. Auch Gold steigt natürlich nicht immer und nicht in jeder Marktphase, aber spielt eben immer noch eine große Rolle. Die Menschen waren schon immer besessen von Gold. Es hat natürlich auch schon viel Unglück angerichtet. Es hat auch schon immer die bösesten Bösewichte angezogen. Erwarten Sie von mir, dass ich rede, Goldfinger? Nein, Mr. Bond, ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. Und insofern, Jan Böhmermann hat nicht mit allem Unrecht, was er in seinem Beitrag gesagt hat. Aber bei allen Problemen, Gold ist ein Teil der Menschheitsgeschichte und es erfüllt für Anleger immer noch eine wichtige Funktion. Völlig unabhängig davon, wo der Anleger politisch steht. Und darum sollte man auch keine Politik reinfantasieren. Es sei denn, man denkt, wenn jemand sein Vermögen schützen wollen will und wenn er nicht ärmer werden will, dass das allein per se schon rechts ist. Aber das wollen wir Jan Böhmermann mal nicht unterstellen. Gold hat eine Bedeutung, ob uns das gefällt oder nicht. Und es hat sich auch nicht viel geändert, die letzten Jahrtausende. Früher, wie wir ja sehen, da haben wir getanzt ums goldene Kalb. Heute bewundern wir das goldene Klo von Donald Trump. Wobei das gar nicht seins ist, offenbar, sondern das gehört dem Guggenheim Museum. Und Olaf Scholz ist ja auch nicht gestürzt worden, sondern er ist beim Joggen gestürzt. Alles Fake News, also wohin man schaut. Und da soll man kein Gold kaufen heutzutage. Na, ich weiß nicht. Gut, ich darf Sie noch daran erinnern, dass Sie eigentlich vorhin meinen Kanal abonnieren wollten. Jetzt haben Sie noch mal kurz die Chance, bevor Sie dann hier gleich weitergeleitet werden, zu Jan Böhmermann oder zu Markus Kreil oder zu sonst irgendeinem Spaßmacher hier auf YouTube. Schön, dass Sie dabei waren. Alles Gute Ihnen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen.